Happy Pride! Alles erdenklich Gute zum 42. CSD. Dieses Mal als digitaler CSD. Nächstes Mal wieder live. Pride heißt für mich, auf Berlinerisch gesagt, dass alle nach ihrer Versorgung glücklich werden dürfen. Oder wie haben wir das in der Partei genannt? Selbstbestimmt leben können. Egal welches Gender, welche Hautfarbe, wen oder wie sie lieben wollen. Jeder soll so glücklich werden können, wie er das gerne möchte. Das heißt Pride für mich. Dafür kämpfen wir in der Partei schon seit langer Zeit. Das wollen wir noch weiter ausbauen und werden wir weiter ausbauen. Und dafür kämpfen wir. Auch heute. Pride. Das heißt, ja, wir alle sind richtig. In unserer ganzen Verschiedenheit. Pride bedeutet für mich, gegen Diskriminierung aufstehen. Laut, sichtbar, solidarisch und um queere Vielfalt zu feiern. Trotz Corona. Wir sind hier. Wir sind queer. Und vor allem Black Lives Matter. Pride heißt für mich, einen Tag im Jahr mal nicht Minderheit zu sein. Aber auch an allen anderen 364 Tagen. Seid lesbisch. Seid offen. Seid sichtbar. Seid laut. Happy Pride! Pride bedeutet für mich, Rechtsradikale raus und Vielfalt rein. Happy Pride! Zu Pride gehört für mich, als Ally entschieden gegen Homo- und Transphobie vorzugehen. Stopp! Zu Gewalt gegen Lesben und Trans. Für mich heißt Pride gegen die AfD und gegen die ganzen Rechten und für die Queers in Polen und in Ungarn, die unsere Solidarität im Moment am allermeisten brauchen. Pride heißt für mich, das Ganze über für Queerrechte zu kämpfen und nicht nur einmal im Jahr das Film-Logo in Regenbogenfarm abzudrucken. Eine kleine Welt, in der man ohne Angst einfach falsch in sein kann. Oh, this life is queer, meinst ihr? Pride bedeutet für mich, dass sich auf den Straßen Räume für uns queere Menschen öffnen, an denen wir uns ohne Angst zeigen können. Wir kämpfen für eine Welt, in der alle so leben können, wie sie wollen. Denn was kotzt uns so richtig an, Einteilung in Frau und Mann. Ich bin stolz darauf, dass wir als Community solidarisch mit allen LGBTIQ sind, die weltweit diskriminiert und verfolgt werden. Hi, ich bin Maja Richter, Sprecherin der Grünen Jugend Berlin und wenn du mich in eine Schublade steckst, dann in die mit Regenbögen. Happy Pride! Pride heißt für mich, dass wir uns in der Community gegenseitig unterstützen, füreinander campen und nicht gegeneinander. Also Leute, lasst uns den Pride feiern. Und in der Serie. Untertitelung des ZDF, 2020